Musik TV-Übriginal ist jetzt hier bei Hagenau-Klewer in Reilingen. Frau Klewer, Sie haben hier renoviert. Jawohl, in Eigenleistung. Also haben Sie es noch schöner gemacht, wie es die ganze Zeit war für Ihre Kunden? Jawohl. Frau Klewer, wie sind noch mal die Öffnungszeiten? Die Öffnungszeiten sind von 9 bis 12, von 14 bis 18 Uhr. Und wir machen es immer so, dass halt, wenn diese Öffnungszeiten dann gar nicht dem Kunden passen, dass man natürlich auch mal früher anfängt, über Mittag arbeitet oder auch Abendtermine vergeben. Natürlich haben Sie auch Hausbesuche, richtig? Ja, Hausbesuche. Kommt in der letzten Zeit dann mehr auf uns zu dann auch. Da es ja immer wieder auch ältere Leute gibt, wo halt nicht mehr so ganz gut zu Fuß sind. Und das wollen wir natürlich dann mit unseren Elternkunden auch abdecken. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg, viel Glück und ganz viele Kunden hier in dem schön frisch sanierten Haargenau-Frisseur Klewer in der Hilderstraße in Reilingen. Dankeschön.